Das Phönix-Tagesgespräch heute mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Frau Strack-Zimmermann, haben wir einen neuen kalten Krieg? Oder welche Worte muss man finden für diese geopolitische neue Situation? Ja, das trifft es schon ganz gut. Wir sind konfrontiert mit einem Krieg, der am 24. Februar diesen Jahres von Russland ausgerichtet wurde. Der Überfall auf die Ukraine verändert auch unser Leben. Und insofern kann man das schon so sagen. Die NATO weitet sich massiv aus. Sie kriegt neue Mitglieder. Sie macht aber auch die schnelle Eingreiftruppe massiv stärker. Auch Deutschland wird beteiligt. Woher sollen all die Soldatinnen und Soldaten kommen und auch das Material? Also grundsätzlich gibt es natürlich die Soldaten und Soldatinnen. Was entscheidend ist, und das ist eine wirklich große Aufgabe und auch erzeugt sehr viel Druck in Deutschland, ist, dass die Soldaten und Soldatinnen natürlich entsprechend trainiert werden müssen. Und insofern ist das eine Aufgabe, die umgehend angegangen werden muss unter großem Druck und in einem Zeitrahmen, der viel, viel enger getaktet ist, als sich das jeder im Ministerium hat vorstellen können. Aber wir haben hervorragende Soldatinnen und Soldaten. Das Material ist zum Teil da. Das muss zum Teil allerdings auch schleunigst beschafft werden. Und da sind wir schon beim Thema, dass alles, was in einer gewissen Gemütlichkeit in den letzten Jahren angegangen worden ist, ist Vergangenheit. Mit dem 24. Februar 2022 wird der Druck erhöht, auch auf uns. Und ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen. Die frühere Bundeswehr war ja eher national für die nationale Verteidigung. Dann kamen die Out-of-Area-Einsätze, die grenznahen Einsätze. Jetzt kommt sogar bei der NATO China ins Gespräch als ein strategischer Gegner. Müssen wir uns künftig auch auf solche Diskussionen gefasst machen? Also Deutschland hatte immer den Auftrag, das Land zu verteidigen und das Bündnis. Das wurde ausgesetzt. Da haben Sie völlig recht. Mit der Adjektion der Krim wurde das Landes- und Bündnisverteidigung wieder in das Weißbuch der Bundeswehr, quasi in die Gebrauchsanweisung der Bundeswehr aufgenommen. Nur wurde das nicht entsprechend umgesetzt. Wir sind immer im Bündnis unterwegs gewesen. Wir sind nie alleine. Und Deutschland zu verteidigen, heißt immer im Bündnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema China ist natürlich ein relevantes. Die NATO-Doktrin wurde jetzt endlich angepasst. Die letzte Doktrin war 2010. Da wurde Russland noch als Freund betrachtet und China kam gar nicht vor. Wir sind natürlich erleichtert, dass die NATO das jetzt auf dem Schirm hat. Denn wir müssen auch in den Indopazifik schauen. Die Amerikaner machen das sehr deutlich. Und wenn Sie mit den Freunden der westlichen Welt dort vor Ort schauen, mit den Australiern, mit Südkorea, mit Neuseeland, dann wissen wir, dass China nicht ungefährlich ist und wir dort zumindest hinschauen müssen und auch bereit sein müssen, an allen Enden dieser Erde die Freiheit letztlich zu verteidigen. Wir werden unser Hauptaugenmerk hier in Europa haben. Die Amerikaner verstärkt im Indopazifik. Aber alles in allem sind wir jetzt alle aufgefordert und nicht umsonst, das ist wichtig zu wissen, sind auch jetzt die Australier und die Japaner an der Seite der Ukraine. Also auch die freien Länder der Welt auf der anderen Seite der Erde schauen genau hin, was hier in Europa passiert und wie der Westen damit umgeht. Sie sind omnipräsent natürlich in den Nachrichten im Moment, auch als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, auch in vielen gesellschaftlichen Diskussionen, die im Fernsehen übertragen werden, den Talkshows. Welche Art von Fragen fehlt Ihnen eigentlich manchmal, wenn Sie danach sozusagen auf die Talkshows und Nachrichten zurückschauen? Wo denken wir vielleicht falsch und handeln dementsprechend vielleicht auch nicht ganz korrekt? Also ich glaube, dass wir in der Vergangenheit alle falsch gedacht haben und ich nehme da keinen aus. Da ist jede Partei, jede demokratische Partei muss sich selber fragen, was haben wir eigentlich gemacht, was haben wir eigentlich gesehen? Und es gehört zur Wahrheit dazu, dass die letzten zehn Jahre die Große Koalition sich damit eben so gut wie gar nicht auseinandergesetzt hat. Man muss leider konstatieren, dass die ehemalige Bundeskanzlerin auch ein Nullverhältnis zum Militär hatte. Nun gab es auch keinen wirklichen Anlass, haben wir geglaubt. Aber wenn Sie schauen, was gerade passiert, hat sich das angebahnt. Georgienkrieg, Tschetschenienkrieg, Annexion der Krim, der Überfall der Russen auch in Syrien. All das ist ein Muster gewesen, was hier sehr, sehr, sehr groß ausgeblendet wurde. Und ich glaube, wir lernen daraus, dass wir positiv sein wollen, dass wir im Gespräch bleiben wollen mit den Ländern dieser Erde, dass wir aber nicht mehr naiv sein dürfen. Es wird immer Menschen geben, es wird immer Autokraten geben, so wie Wladimir Putin, die einen Machthunger haben. Der ist auch noch nicht gestillt. Die Grenzen überschreiten im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben wir uns nicht mehr vorstellen können. Und deswegen ist die Landung, der wir gerade gegenüberstehen, besonders brutal. Ich glaube, unsere Aufgabe ist mehr in die Zukunft gerichtet, dass so wie Sie jetzt darüber berichten, so wie die Politik gefragt ist, so wie die Industrie gefragt ist, müssen wir den Menschen in Deutschland, den Zuhörerinnen und Zuhörern eben auch sie mitnehmen, ihnen erklären, dass die Welt eine ernste ist, dass wir wehrhaft sein müssen, wer will ich, aber vor allen Dingen wer fähig und wer in Freiheit leben will, in Frieden, in Demokratie, wo Menschenrechte geachtet wird, muss sich im Ernstfall auch verteidigen können. Und das ist jetzt die Agenda, die wir in den nächsten Jahren anzugehen haben. Gibt es eigentlich weiterhin auf der politisch vielleicht stillen Ebene Kontakt mit Wladimir Putin? Also die Frage dahinter ist auch, wie spricht man mit jemandem, der, wie Sie sagen, diesen Machthunger hat und der Grenzüberschreitung ständig hinter sich bringt? Naja, das ist eine Kategorie, die wir als Demokraten so sehen, dass man immer im Gespräch bleiben muss. Nicht umsonst haben wir immer gesagt, Militär alleine kann nichts ausrichten. Wir brauchen auch Diplomatie, wir brauchen Zusammenarbeit. Aber dieser Wladimir Putin, mit dem kann man nicht mehr sprechen. Ich meine, die Gespräche haben ja stattgefunden an diesem überlangen Tisch. Unser Bundeskanzler hat stundenlang mit ihm gesprochen, Präsident Macron und auch andere. Letztlich ist Wladimir Putin jemand, dessen Wort überhaupt nichts gilt, sondern nur dessen Tat. Und wir müssen einfach sehen, dass es Dispoten auf dieser Welt gibt. Die können nur, das ist die traurige Wahrheit, nur militärisch besiegt werden. Schauen Sie, im Zweiten Weltkrieg, wenn die Amerikaner 1940 nicht entschieden hätten, in den Zweiten Weltkrieg einzusteigen, um die Nazis, um Adolf Hitler zu stoppen, dann wären die Nazis über 1945 hinaus präsent geblieben. Und wir müssen einfach sehen, es gibt Menschen auf der Erde, die wollen Krieg, die glauben, dass Krieg immer noch ein Mittel der Macht ist. Und da kann man sich nicht zurückrollen und sagen, naja, das ist jetzt halt so. Nein, wir sind wehrhaft. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Gespräche gibt mit Wladimir Putin. In der Regel spricht Militär miteinander. Wie weit das geschieht, kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass Wladimir Putin nur eine Sprache kennt, die der Wehrhaftigkeit. Und deswegen ist es gut, richtig, wenn auch traurig, dass die NATO so geschlossen ist. Das ist natürlich toll. Dass Schweden, Finnland, dazu kommt, das ist militärisch auch wichtig. Übrigens nicht nur für diese beiden Länder, auch für die NATO sein großes Asset. Dass die Europäische Union zusammensteht, dass wir an der Seite der Ukrainer stehen. All das hat, damit hat Putin nicht gerechnet. Auch er wird jetzt gerade aufwachen. Und er muss wissen, dass wir, wie gesagt, bereit sind, unser Territorium jeden Quadratzentimeter zu verteidigen. Und dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Da kann man noch mehr machen, bin ich der Meinung. Aber grundsätzlich ist die Stoßrichtung klar. Das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, mit Einschätzungen zum Ukraine-Krieg, aber auch zur Notwendigkeit des Zusammenstehens der Demokratien. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Danke.